Das Gebäude der Autobahnpolizei im baden-württembergischen Kisleck hat eine neue Fassade bekommen. Schicke Solarmodule, senkrecht verbaut, statt flach auf dem Dach. Der ganz besondere Kniff, sie sind beweglich und drehen sich zur Sonne. Aber kein Witz, sie tun das nicht automatisch. Nein, sie müssen jeden Tag und immer wieder per Hand neu ausgerichtet werden. Irre. Dass ein Hausmeister das nach der Sonne drehen muss, das finde ich total bescheuert. Es ist ja sinnvoll, eine Solaranlage zu bauen. Aber man sollte ja so bauen, dass man nicht mehr Arbeit hat. Man sollte ja so bauen, dass man weniger Arbeit hat und die Energie nutzen kann, ohne dass man einen Arbeiter einsetzt, um die Photovoltaikplatte rumzudrehen. Es war viel zu eng im Polizeirevier in Kisleck. Deshalb wird 2016 dieser Anbau aus Sichtbeton und Lochblech drangesetzt. Gekostet hat das stolze 360.000 Euro. Das ganz besondere Etwas aber sind diese 20 Solarmodule an der Südseite. Die extravagante Fassade dient als Sonnenschutz für die Büros. Gleichzeitig wird damit umweltfreundlich Energie gewonnen. Prima Idee, sollte man meinen. Aber das kostet richtig Muskelkraft. Denn die schicken Module müssen per Hand in Richtung Sonne gedreht werden. Was sonst heutzutage einfache Elektromotoren erledigen, ist in Kisleck mühsame Handarbeit. Jeden Tag, immer wieder. Im baden-württembergischen Finanzministerium heißt es, die Solaranlage dient in erster Linie nicht der Energiegewinnung, sondern vielmehr dem Wohlbefinden der Mitarbeiter. Als Teil des Gebäudes dient sie zugleich dem Sonnenschutz. Und da kann man jetzt, wie jeder andere in einem Büro mit einer Markise oder ähnlichem vor dem Fenster, auch manuell regeln, wie die Sonne einstrahlt oder auch nicht. Warum baut man teure und handbetriebene Solarmodule ein, wo es ein paar Markisen auch getan hätten? Da muss man sich viel aufregen, was der Staat macht. Das Geld rausschmeißt unser schwerverdientes Geld und Steuern halt ja für solche Sachen doch raus. Ich finde das eine totale Dummheit, dass man sowas überhaupt in Auftrag geben kann. Das ist Steuerverschwendung, das könnte man woanders einsetzen, das Geld. Und ich denke, man sollte mal eine andere Lösung finden. Das komplette Dach einfach mit Solarmodulen zu pflastern und vor die einzelnen Fenster Jalousien. Das wäre mit Sicherheit preiswerter und effizienter gewesen. Stattdessen hat die Autobahnpolizei jetzt eine schicke Fassade und der Hausmeister jede Menge Arbeit zusätzlich.